Leute, bevor der Video beginnt, bedanken wir euch für die 400 Abonnenten. Ja Leute, wir haben es geschafft, jetzt 400 Abonnenten. Vielen, vielen Dank an jeden von euch. Danke für euren krassen Support, ja. Und ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, unser Kostner Nami hier auf dem Kanal. Leute, heute spielen wir mal wieder das Minecraft, Leute. Diesmal spielen wir einfach auf der Bad Rock Edition. Und zwar Leute, ich spiele da eigentlich so gut wie gar nicht auf der Bad Rock Edition, Leute. Ihr habt sie halt trotzdem, ja. Und ich wollte jetzt halt einmal, einfach mal Minecraft Bad Rocks mal spielen. Und gucken, wie es einmal auf Bad Rock ist. Bevor wir anfangen, Leute. Abonnieren, Blog aktivieren und keine weiteren Videos mal zu verpassen. Okay Leute, erste Runde hier, ja. Es heißt hier auf Bad Rock irgendwie ein Treasure Wars. Leute, ich habe nach Bad Rocks gesucht. Es gibt kein Sohn Bad Rocks. Das heißt überall nur Cake Wars oder jeden Treasure Wars und so weiter, Leute. Aber Leute, es ist halt so, bei Bad Rocks, da kann man übel schnell bauen. Also guck mal, ich habe... Wow, was war das gerade, Digga? You died, no spectating. Hier ist er immer tot. Neue Runde, neues Glück, Leute. Leute, jetzt fastballen wir einmal. Und, okay, gut, fastballen in Bad Rock. Ist ein bisschen komisch irgendwie. Leute, ich schau mal in Contario, spielt er eigentlich Java oder Bad Rock mehr? Wow, 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 wow. Wieso ist das so ein Schwert? Geweckst die. Geweck, komm, 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 kombo, kombo, kombo. Oh, der ist es. Ich bin tot. Ah. Wer ist das hier überhaupt? Was ist das? Möchtest du, dass ich beschwöre auf Level 2 anwende? Nee. Schweinschwert. Komm, komm, komm. Ah. Java-Spieler sind besser als Bad Rock-Spieler. Nice. Ja, komm daher, komm daher, Digga, komm daher. Er hat nicht gesicht, Digga. Ah, wir haben das Erz-Betzer-Stort, Leute. Nice. Nice cheats. Das ist Java-Player-Skill. Ja, moin, Leute. Und sowas kriegt er halt immer ein Java nicht hin, Digga. Es geht halt nur in Bad Rock. Oh, Digga, vier Dias. Ja, moin. Guck mal. Guck mal, Leute. Was? Da. Ja, aber guck mal, Leute. Guck mal. Ich kann einfach so machen. Ja, komm, wir pushen jetzt mal. Ich hab ein bisschen keine Lust mehr auf den Tiefen, Digga. Ja, und das... Es ist immer so. Ich glaube, in Java oder in Bad Rock oder, Digga... Immer bin ich der, der stirbt im Fall. Ich hab meine Schildkröte, Digga. Auto-Würter, kaufen wir uns jetzt erst mal. So, wie funktionierst du? Wie? 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 Das ist nicht dein Ernst? Das ist nicht dein Ernst, Digga. Das ist, Digga. Guck mal, das hast du mal an, Digga. Diese Schildkröte. Digga, und mich werden von zwei Seiten gerade gepusht, Digga. Digga, das ist ein Spiel der Sirbelsteam von der letzten Runde. So, Digga. Ich möchte den Schalter bauen. Ich! Digga. Den können wir jetzt auch noch was machen mit. Oh, Mist. Was? Hä? Wieso bekomme ich doppelt mal Schaden, hä? Ja, komm her, du. Komm her. Komm her. Nice, Leute. Ah, Leute, wir müssen auf dem Blau und, äh, Rot mal suchen. Okay, Rot ist gerade irgendwie nicht zu Hause. Dann, ähm... Ja, machen wir auch nochmal, ne? Oh, Leute, der Schatz von Blau wurde auch zerstört. Okay, das wird vielleicht mal eine erste Runde sein, die wir gewinnen. Er, er, er hat Dias an, oder er, er hat schon ein Diaschwert. Ja, wir sind tot. Nice. Oh, nice, wir sind das fulle Eisen hier. Oh, das ist wieder spannend. Wer ist das besser? Der Badrock-Spieler oder der Java-Player? Ach, sobald das Bad abgebaut ist, also der Schatz, vorne keine Sachen mehr? Ja, mir geht ein Blöck aus. Was macht denn er? Ich bleibe, ne, ich lasse mich nicht auf, ich bleibe, ist das Arme hier stehen. Oh, oh. Komm, 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 komm. Reinspammen, reinspammen. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oder, oder, oder? Nein. Leute, ich, ich, ich weiß auch mal, Margo, wie die, wow, guck mal. Die haben wie... Wow, wow. Wow, nein, nein. Du willst mich doppelt verarschen. Leute, also eigentlich ist das ganz easy. Man muss halt einfach nur... Bämme mit der Maus. Wow, wow, wow. Digga, ich kann einen Glock lösen. Hä, Digga, das ist ja mega geil. Wow, jetzt bin ich tot. Ja, 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 guck mal, guck mal, ich kann... Oh, das wüsste man noch nicht, oder? Komm, komm. Ich bin da rum, jetzt schon trainiert, schon von einem Pixel, Digga. Die lebt noch, oder? Digga. Okay, die ist komplett lost. Digga, ich bin jetzt nicht gewohnt, dass er... Was? Der, Digga, den muss den Spawnschuss halt einfach noch... Aus. Boah, Digga. So, was ist denn, die lebt eigentlich noch? Ähm, ich weiß halt nicht, wo die Garantinfarben einer sind. Also, so ist noch kein Problem. Mit Rennen bin ich noch nicht der sicherste. Bitte sieht er mich nicht. Das ist ja so ein Scheiße, Digga. Digga, Leute, die Team hat einfach noch mal... Okay, das heißt, wir müssen im Grunde natürlich reporten. Man kann denn nicht mal noch reporten? Soll ich jetzt gegen zwei Spieler gleichzeitig antreten, oder was? So, was lebt noch? Ähm, grün und orange. Oh, da will man nicht. Da will man nicht. Wow. Wow. Ja, Digga, chill. Übertreib mal. Ja, schön, die Schwerd. Wie sagt eigentlich jeder ein Dieerschwert? Was ich halt in den Vermissle aussehen wie die Feuerbälle? Das, das finde ich viel, viel geiler auf Java. Also, bisschen weiß ich halt eben auch verpickselt. Zumindest Gaststall, grünes Bett finden. Also, hier ist, ähm, orange. Und hier ist gut, Leute. So, wir haben unsere Autobildscher und wieso grün und mich nicht pushen? Ah, genau so. So, er hat mal ein Bett abgebaut und ich hab da ein Bett abgebaut. Wieso ist dann, Schatz, Digga? Ich hab kein Zeug gefunden, dass ich ein Bett aus hier sitze. Es ist auf den einzelnen Mal ein Cake Wars, dann ein Treasure Wars, dann Egg Wars und so weiter. Naja, aber egal. Ich habe, ihr darf ja extra die Sachen bekommen. Oh, da dauert noch ein Zief, Leute. Das, das sind, das sind die Schlimmste von allen. Komm, 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 komm. Wir tappen. Boah, Mist, Digga. Das, das, das haben wir verloren, Leute. Das ist, das ist, das ist, das ist auch scheiße halt einfach, Digga, Leute. Wieso ist eigentlich jeder Pro ein Stiefkind? Sag mal, Mann, Stiefkind mal zulegen. Vielleicht bin ich dann auch tausendmal besser. Ich glaube, wenn man normal läuft, ist er viel, viel besser als Emi. Also, viel, viel sicherer. Oh, er hat wenigstens in den Tag getoppt. Nein, der. Ah, ja, ich hab ihn auch noch. Okay, ich denke, ich bin wohl nicht der einzige, der spielt. Komm. Wieso? Ich verliere immer, Leute. Immer. Es ist egal, gegen wen ich spiele. Wo? Ja, wir haben ihn auch noch. Hier ist er, hier ist er. Ja, du hast wohl gedacht, dass ich dich nicht sehe, ne? Aber ich hab dich trotzdem gesehen. Ich hab auch deinen Schatz. Maximal Bau hier, Digga. Ist das? Oh, Mann. Der kann stattgänger. Okay, Leute. Also. Fazit. Wir schaffen es schon mal, ein Team immer zu vernichten. So, wir holen uns noch was Schönes noch mit den ganzen Dias. Boah, Digga, 13 Stück. Dann könnt ihr uns doch schon Eisrüstung holen, oder? So, ich bin noch der Einzige mit dem Bett, Leute. Das könnte, ja, vielleicht die erste Runde sein, die wir auch an ihr gewinnen. Digga, ich, 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 ich bohle gerade das erste Mal Gott, Leute. Ich bin gerade das erste Mal in Gott-Britzing-Mode, ja? Seitdem ist es gestiegen. Leute, es lebt nur noch einer. Boah, Leute, ich hab andere, ich hab andere Angst, dass der mich jetzt einer, äh, holen tut. Ich könnte mir das halt auch noch vorstellen, Leute. Der mich auch noch holt. Aber was macht? Wie ist halt eigentlich jeder ein Schneeball im Winter? Okay, er hat einen Enderpair. Ich denke, wer krass damit? Ich will nur ein Bett, das hier verbruchen, oder? Hä? Ah, ja. Wo ist er? Ja, er ist runtergefallen. Komm, 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 komm. Wo ist er? Nein, nein, nein. Boah, 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 boah. Der tut seine Schneebälle. Oh, Digga. Boah, Leute, Leute. Komm, 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 komm. Ich hab das selbe Rüstung an wie er. Ja. Boah, Leute. Unser erster Sieg. Oh. Nice, Digga. Einfach nur nice, Leute. Ja, und am Ende hat natürlich dieses Spiel gefallen, Leute, ja. Also, Bad Rock Edition bin ich jetzt ja irgendwie weird. Weil, Leute, es ist einfach so komplett anders da, als auch auf Java, ja. Und, Leute, wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, zockt ihr eigentlich mehr Java, oder zockt ihr Bad Rock, oder zockt ihr Bias? Das würde mich gerne mal richtig mal interessieren. Aber es soll alles so neu sein, und dir gefällt mein Content, kannst du natürlich noch gerne kostenlos ein Abo lassen, gar noch die Glocke lassen, keine Wartung, wie sie mehr zu verpassen. Ich höre uns das letzte Mal in den Likes, Leute. Und, ähm, ja. Und dem war noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen.